Musik Hi Leute und hallo, herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Ich habe mich entschieden jetzt eine Testaufnahme zu machen, denn wie ihr seht, es läuft alles etwas flüssiger. Wir haben jetzt mittlerweile eine 3DS Capture Card, eine wirkliche Capture Card, alles in 60 FPS und damit können wir jetzt ordentlich durchstarten. Ich hoffe, die Qualität wird super werden. Damit sind wir auch gut vorbereitet auf die deutsche Version von Monster Hunter Online und damit hier nochmal kurz gesagt, ich werde das Spiel jetzt hier nicht weiterspielen in der Story. Ich werde einfach ein bisschen wild rumrennen noch für eine Folge und dann wahrscheinlich, ähm, ja, in Kürze anfangen mit Monster Hunter Generations. Ja, einfach als anderes Monster Hunter Game, das wir jetzt aktuell noch haben, bis Monster Hunter Stories dann letzten Endes rauskommt. Aber dann hätte ich ja 3 Monster Hunter Games. Was würdet ihr sagen? Soll ich Monster Hunter Online so langsam aufgeben oder und dafür Monster Hunter die anderen Games mal spielen? Komm mal her. So. Y-Lon, aufsteigen. Und durch die Gegend rennen. Ich finde es echt schön, wie die Capture Card funktioniert. Also ich bin echt begeistert, hat mich zwar eine Menge gekostet, aber letzten Endes, hey, so ist das nun mal. So. Wenn man Qualität möchte und will, dass es ordentlich läuft, dann muss man leider auch ab und zu was dafür ausgeben. Ich suche gerade nach einer Höhle, dass wir vielleicht noch ein paar Eier farmen können. Äh, wobei es blödsinn, was ich gerade mache, hier oben lang zu laufen und da kommen wir auch nicht mehr runter in die Wüste. An den Lecks kommen wir letzten Endes nicht vorbei, denn, ähm, naja, wird halt noch eine Zeit lang lecken. Die Spiele fressen halt Ressourcen und da kommen wir halt nicht drum rum. Ich weiß ja nicht, wie es auf anderen DS läuft, aber jetzt aktuell zumindest nehmen wir die maximale Power von 3DS noch am Laufen. Die Capture Card nimmt also quasi keine Power weg. Dementsprechend liegen die Lecks einfach, ja, am Laden des Spiels. Aber auch das ist besser geworden, ihr werdet sehen, es lädt wirklich weniger. Ich habe auch überlegt, vielleicht mit der Demo anzufangen, aber was ist, wenn der Demo-Speicherstand nicht beibehalten wird? Weil dann ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mit der Demo anzufangen und dann nochmal anzufangen. Ich habe das Spiel ja jetzt schon einmal in Englisch. Ich glaube, wir warten einfach den Monat ab, bis es wirklich in Deutsch rausgekommen ist und starten dann ganz, ganz neu rein. In Monster Hunter Stories, in das deutsche Geschehen, in die deutsche Story. Und, äh, ja. Haben dann ja noch ein paar andere Spiele, die wir alle aufnehmen könnten. Ein paar andere viele. 3DS hat echt, echt, mittlerweile echt viele Spiele draußen. Gucken, was wir uns so besorgen können. Ihr könnt ja ein paar Tipps geben, worauf ihr euch Lust hättet, worauf ihr euch freuen würdet. Warum gibt es denn hier nirgends wo eine Höhle? Da ist ein Strudel in der Mitte aufgezeichnet. Wart mal, gehen wir mal zum Strudel hin. Au, da ist eine Höhle. Strudel, hallo. Nix, passiert einfach nix. Gucken wir uns mal diese lustige, das Monsternest an. Das Normale. Dum, dum, dum. Ladebildschirm. Monsternest! Gib ihm! Oh, was haben wir denn da hinten? Tada! Hallo Leute, ich muss hier vorbei. Hehehe, echt super. Mal gucken, ist das Monster da? Ah, sieht so aus, als wäre das Monster eingeschlafen. Aufwachen, aufwachen. Ähm, ich halte dich nicht zu interessieren. Ferti Tomato. Ich will auf jeden Fall, ähm... Ja, ja, dass er aufwacht und mir angreift, da habe ich zumindest was zu tun. Und wie gesagt, das hier wird jetzt einfach nur ein testometerischeres Video. Hallo. Ich bin hier. Ich klaue deine Eier. Tada! Okay, ja, der Absaurus kann sehr aggressiv sein. Dann, äh, Aggressivität hin und her. Wir killen dich. Ähm, zack. Der ist eh auf Power. Dann gehen wir dem Speed. Tada! Tada! Dann können wir auch mal Speed abgeben. Sehr schön. Und das war's für den Absaurus. Tja, dann mal gucken, was wir uns für ein Ei mitschnappen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt hier nicht mehr in der Story weiter. Wir nehmen einfach mal eine Folge mit auf. Uh, ein nicht riechendes Ei. Das nehmen wir uns einfach mal mit. Zack. Und raus aus dieser Höhle. Wie weit kann man die deutsche Demo aktuell spielen? Sagt man Bescheid? Und wenn irgendwer wirklich weiß, ob man den Speicherstand weiterspielen kann oder nicht, schreibt es auch bitte in die Kommentare. So, äh, wir liefen mal. Theoretisch wäre das eigentlich eine echt super Sache, wenn wir den deutschen Spielstand schon anfangen könnten und die Demo das speichert. Aber hey, ich weiß es nicht. So, Monster-Bown-Ess. Komm her. Komm her. So. Dann rennen wir noch mal ein bisschen rum. Wir könnten natürlich mal auf die anderen Monster wechseln. Ah, der Käse ist zwar ziemlich langsam, aber egal. Schaffen wir schon. Ist das da vorne ein Cephal-Drom? Weil das Ding so riesig ist. Wahrscheinlich wirkt es nur riesig auf die Entfernung hin. Das ist nur ein ganz normal, stinknormaler Cephalos. So, wo können wir eigentlich überall hinreisen? Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Fast Travel. Hier sind wir aktuell. Bevor Badu-Dschungel. Wo ist Albrax Village? Und warum ist das blau? Warum? Oh, okay. Ich kann die als Favoriten speichern, okay. Okay, alles klar. Twöfeln wir mal da hin. Das war ja der Kirschblütenwald. Vielleicht finden wir jetzt nochmal Pinkratian und können Pinkratian mal ein wenig in den Arsch treten. Mit etwas Glück. Ich weiß ja nicht, wie stark die jetzt so ist. Oder die Hardcore, die jetzt so drauf ist. Wir können es einfach mal versuchen. Zack. Dann haben wir die Folge auch was zu tun. Wir jagen... Hallo Kelby. Eine Pinkratian. Wahrscheinlich keine so coole Idee. Zack. Ah, da hinten liegt doch eine. Yeah. Ich meine, wir haben ja mittlerweile ein bisschen trainiert. Die Kleine, die pennt da fröhlich vor sich hin. Tada. So, der bringt die Schlag. Dann wollen wir mal. Hm. Ganz normal Tische attacken. Ups. Ich hab's noch auf... Oh, sie ist wach. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich hab auch keine Ahnung von dem Spiel. Oh man, das zieht ordentlich rein. Vielleicht sollte ich gerade mal spotten. Vielleicht sicherheitshalber doch auf dem Bull drum. Und uns natürlich hier erstmal eine Portion reindrücken. Oh, super. Voll verfehlt. Alter, wir werden so drauf gehen. Das hat gar keinen Sinn. Ähm. Äh. Ähm. Ähm. Schlecht. Nix zu machen. Ich glaube, ich sollte lieber einfach fliegen. Ich glaube, das wäre die bessere Option. Fliehen, 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 fliehen. Ciao. Okay, die Escape. Sache hat gefällt. Ich kann's ja trotzdem weiter versuchen. Ciao, ciao. Und da kommen wir weg. Jetzt aber schnell. Oh, was ist das denn? Smokebomb? Nice. Okay. Wir können mal hier in die Ölen reingucken. Vielleicht finden wir ja doch ein Nest mit Pinkratian. Das wäre nice. Alle aus dem Weg. So. Dann wollen wir mal schauen. Weg hier. Weg hier. Weg. Weg da. Aus dem Weg. Äh. Navi rum. Und das Nest. Na komm, sag bitte keiner zu Hause. Okay. Das Monster ist eingeschlafen. Aber hey. Wir gucken mal. Ja, das schläft doch nicht. Wollen wir mich veräppeln? Hi. Ich nehme dir dein Ei mit. Ah, das sieht aber nicht sehr pink aus. Ich will ein pinkes. Das kenne ich auch schon. Schnell. Ah, toll. Das ist wieder nur irgendwas Grünes. Egal. Wir nehmen es mit. Ciao, ciao. Und weg hier. Ja, wir gehen mal. Und weg. Yeah, ein Ei. War da hinten nicht noch gerade noch eine Höhle? Ja, doch. Oh, ich freue mich echt drauf. Ist ja nicht mal mehr ein Monat hin, muss man ja echt sagen. Oh, da fallen wir runter. Egal. Oh, da geht es nicht weiter. Ich bin mit diesem Monster. Aber ist auch nicht schlimm. Wir können ja hier lang gehen. Und schon haben wir das Nest gefunden. Und das Monster ist da. Ach toll. Das da? Echt? Das da? Ach, egal. Dann hauen wir es halt eben weg. Der Arm up to not. Carpador. Oh, es sind zwei. Dann wollen wir euch mal wegballern. Oh, shit. Oder auch nichts. Oh, wie niedlich. Äh, ups. Okay, ich glaube, das war es schon. Was heißt, ich glaube, ich sehe ja, dass es das war. Tada. Okay. Dann ein Ei mitnehmen. Als Sieg. Mal gucken, was wir noch finden. Noch mal so ein grünes. Oh, das ist neu. Glaube ich. Wir nehmen es einfach mal mit. Und dann brüten wir es einfach mal in der Stadt aus und gucken, was wir bekommen haben. Einfach nur just for fun. Schlepp, schlepp, schlepp. Schlepp, schlepp. Und wir, ja, sind bereit. Okay, dann wollen wir doch mal einfach in die nächste Stadt und die Eier ausbrüten. Wobei, ich gehe mal in eine andere Stadt. Nicht, dass wir irgendwie eine weitere Questreihe, wie gesagt, ich gehe jetzt in der Story nicht mehr weiter. Nicht, dass wir die Story irgendwie triggern. Deswegen, fast travel. Ab nach Harkum Village. Das alte Dörflein besuchen. Waren wir ja schon ewig nicht mehr. Tada! Da sind wir wieder zurück. Äh, Quatsch. Wohin laufe ich denn? Oh, weitere Quests. Egal. Die sind uns gerade echt egal. Hallöle. Äh, Reiter, hast du uns eine Ei mitgebracht? Niam, Niam. Äh, ja. Mal gucken. Oh, sogar ein paar. Dann wollen wir mal. Und kaputt gemacht. Oh, eine, eine Ratte, Jan. Oh. Nein, nicht unbedingt. Okay. Ein Apsaros. Carpador 2. Mal gucken, was ist hier drin? Ein Carpador 1. Äh. Sehr nett von dir. Nein, nicht unbedingt. Und was ist das? Oh. Ein Lootrot. Haben wir den schon gehabt? Ich weiß es nicht. So, dann gucken wir mal. Äh, nicht all die Rituale. Ich gucke mal, was wir jetzt mittlerweile so haben. Shitchparty. Hm. Na doch, den Lootrot hatten wir noch nicht. Aber up to not, haben wir en masse. Tada. Ja, die nehmen wir so. Alicette. Release Ali. Mal gucken, welche wollen wir releasen. Den up to not. Weg mit dir. Ich habe schon einen. Äh. Oh. Wir können sogar auf Start wieder Favoriten setzen. Den haben wir sowieso auch. Weg damit. Äh. Der Seferdrom ist extrem schwarz, muss ich sagen. Dann wissen wir aber zumindest, was die Seferdromen sind. Sind die echt immer so schwarz? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Komm weg. Ja, ja. Später. Dann laufen wir mal raus, ob das erste fällt. Und wollen wir unsere Rathian begrüßen? Dööö. Hallo, Rathian. Du bist aber niedlich. Komm, lass mich schreiten. Aber nicht vergiften. Mal gucken, was haben die denn für Fähigkeiten? Wie war das nochmal? Ach so, die Skills genau auf Y. Äh. Äh. Ich habe vergessen, wie es ging, dass man die Skills angucken konnte. Status, 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 Items, 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 Status. Äh. All Target Attack. Äh. 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 Alles klar, sehr schön. Dann können wir Nester finden. Vum, 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 vum. Mach kaputt. Ach, ist schon kaputt. Ist schon kaputt. Sweet. Level up. Oh, auch nicht. Vielleicht sollte ich doch ein paar andere Monster bekämpfen. Genau, dann können wir mal ein Skill einsetzen einfach. Juhu. Bam, 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 bam. Schade, schade. Ich glaube, der Speicherstand wird auch nicht übernommen in der deutschen Version, oder? Ach, ist egal. Wir spielen nochmal komplett von vorne durch. So. Wir nehmen Ali. Wir nehmen ein... Oh, Poison Flipped Dale. Ah, nicht genug. Dann, äh, 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 Target, äh, 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 Defensivhaltung. Ist ernsthaft? Egal, schieren wir einfach ratieren. Na komm, mach ihn kaputt. Bam. Huch, krass. Naja, hier kriegt sie keinen Level ab. Egal. Gut, liebe Leute. Ich mach jetzt aber an dieser Stelle wieder Schluss mit der Folge. Ich glaube, ich werde Monster Hunter Stories aber jetzt... Ich hab diese Folge jetzt eigentlich nur aufgenommen, um euch zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt Monster Hunter Stories erstmal nicht weiter, bis die deutsche Version kommt. Und unter anderem, um die 3DS-Capture-Karten mal zu testen. Und, ähm, ja, ich würd sagen, ich guck mal, dass ich vielleicht mit einem anderen 3DS-Spiel noch anfange oder sowas, damit wir wieder ein bisschen was auf dem Kanal zu tun haben. Ähm, Destiny sind wir jetzt soweit durch. Wir sind mit Nier Automata durch. Okay. So sehen wir die komischen Dings. Alles klar. Ja, gut, ich, äh, verabschiede mich hier an dieser Stelle. Hinterlasst ein paar schöne Kommentare. In letzter Zeit rastet Monster Hunter Stories total aus. Da kommen voll viel Views überein. Und deswegen freu ich mich umso mehr, wenn wir zusammen in die deutsche Version rein starten können. Also bis dann. Ciao, Leute. Bis dann! Bis dann. Bis zum nächsten Mal.